Zoff in der dritten Liga Der KFC Uerdingen ist sportlich in die untere Tabellenhälfte der dritten Liga abgerutscht, zum Ärger des umstrittenen Investors Michael Bonomare. Öffentlich erklärt er einen Ex-Coach zum größten Fehler. Es sind nur drei Sätze, doch die Twitter-Botschaft von Michael Bonomare, dem Investor von Drittliga-Club KFC Uerdingen, haben es in sich. An die Adresse von Ex-Trainer Norbert Mayer schreibt er, mein größter Fehler beim KFC. Der schlechteste Trainer in der KFC-Geschichte. Und er ist sich sicher, der KFC war seine letzte Station als Trainer in Deutschland. Mayer hatte die Uerdinger im Februar und März nach der Entlassung von Stefan Kremer insgesamt 40 Tage lang betreut, konnte die sportliche Krise aber nicht stoppen. Nach sieben Spielen ohne Sieg wurde er wieder freigestellt. Worübergehend übernahm sein Co-Trainer Frank Heinemann, nun wurde mit Heiko Vogel bereits der vierte Cheftrainer dieser Saison ernannt. Nur kurz ein Duo, KFC-Investor Michael Bonomare mit dem schon wieder entlassenen Norbert Mayer bei seiner Präsentation im Februar. Quelle, Revierfoto-Imago-Images Grund für die vielen Wechsel, nachdem der KFC im Herbst noch Tabellenführer der dritte Liga war und das Ziel vom Durchmarsch in die zweite Bundesliga tatsächlich realistisch erschien, folgte eine monatelange Krise, die Anfang April bis hinab auf Platz 12 führte. Seit Dezember war der Klub bis dahin ohne Sieg geblieben. In den vergangenen Wochen gelang die Trendwende und eine Verbesserung auf Platz 8. Zu wenig für die Ambitionen des Klubs, bei dem unter anderem Weltmeister Kevin Großkreutz sowie ehemalige Bundesliga-Profis wie Dominic Marot, Asani Lukimia, Stefan Einner oder Maximilian Beisteh unter Vertrag stehen. Nicht nur wegen seiner Personalpolitik ist Investor Michael Bonomare beim KFC-Irdingen umstritten. Auch Äußerungen wie das Nachtreten gegen Norbert Mayer dürften seine Beliebtheit nicht steigern. Liebe Leserinnen und Leser, leider können wir Ihnen nicht zu allen Artikeln einen Kommentarbereich zur Verfügung stellen. Mehr dazu erfahren Sie in der Stellungnahme der Chefredaktion. Eine Übersicht der aktuellen Leserdebatten finden Sie hier. Gerne können Sie auch auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community Team